Das ist hier mit lila, das entspricht, guck mal hier, das entspricht doch total dem Aktendeckel. Also ist das hier Jennifer's... Was, das ist lila und das ist grün? Das grün. Das da, diese Farbe da. Das ist grün. Das ist grün, dann ist das hier grün. Nein, das ist lila. Ja, und diese Farbe entspricht dieser Farbe. Wie bitte? Ja. Absolut. Entgült es nun wieder. Absolut. Und da steht ja auch nur hier, der schreibt uns von der Ollen. Wir zeigen das nochmal kurz, ja. Hallo. Ja, hallo. In diesem Licht hier wirkt das irgendwie identisch. Lutz behauptet, diese Farbe hier entspricht dieser Farbe. Ich behaupte, jetzt gib das mal wieder her hier. Grün ist geil. Ja, ja, ja. Mach das nicht. Wenigstens komme ich hier überhaupt mal mit einer Idee rum.